Herzlich willkommen zu einer neuen Aktienanalyse und heute passend zum Wetter habe ich einmal die Airbnb-Aktie rausgesucht, die wir dort einmal genauer analysieren werden. Dort gehen wir einfach wie gewohnt vor, wir schauen uns den operativen Geschäftsbereich, die finanzielle Position an und kommen dann zu unserem Herzenstück, nämlich dem Analyse-Tool, wo wir dann einmal versuchen werden, wieder mit verschiedenen Prognosen den fairen Wert der Aktien näher zu bestimmen. Wenn wir uns einmal den Schadverlauf von der Airbnb-Aktie anschauen, können wir feststellen, das Unternehmen ist erst Ende 2020, Anfang 2021 mit einem IPO-Preis von 122,50 Euro an die Börse gegangen und zweieinhalb Jahre später liegen wir jetzt momentan knapp unterhalb dieses Preises, nämlich bei 119,18 Euro und da stellt sich dann natürlich die Frage, ob wir hier momentan eine relativ gute Position eröffnen können. Zumindest wenn wir zum derzeitigen Kurs alle Aktien aufkaufen könnten, um das gesamte Unternehmen zu übernehmen, müssten wir insgesamt 76,1 Milliarden Euro bezahlen. Wir sehen dann aber auch schon in der jüngsten Vergangenheit, dass das Unternehmen dort deutlich neue Aktien imitiert hat, um neues Kapital einzusammeln und das wäre ein Punkt, den würde ich in der Zukunft sehr, sehr kritisch beobachten, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen im letzten Jahr in die Profitabilität gedreht ist und dort im Endeffekt die Investitionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit heraus finanzieren könnte und nicht unbedingt auf neues Kapital der Aktionäre angewiesen wäre. Und dadurch, dass das Unternehmen aber auch erst Ende 2020 an die Börse gegangen ist, haben wir jetzt gleich nicht in allen Bereichen bzw. allen Jahren immer alle Daten vorliegen. Zumindest wenn wir uns die Daten anschauen, die wir vorliegen haben, muss man sagen, die Umsatzsteigerung der letzten Jahre war sehr, sehr hervorragend mit der einzigen Ausnahme im Jahr 2020, als aber auch die extrem harten Corona-Lockdown-Maßnahmen ausgesprochen worden sind, wo man ja nicht mehr ansatzweise über Urlaub hätte nachdenken können. Ich gehe aber davon aus, dass jetzt hier 2021 und 2022 dieses relativ starke Umsatzwachstum, was hier stattgefunden hat, vor allem noch auf Nachholeffekte von Corona basieren und dass das Wachstum in der Zukunft sich mehr und mehr abflachen wird. Das sehen wir jetzt nämlich hier auch im Q1 2023, dass hier die Umsatzsteigerung lediglich noch bei 20% gelegen hat. Hierbei muss man natürlich jetzt auch sagen, die Inflation und die wirtschaftliche Situation führt vielleicht auch dazu, dass der eine oder andere nicht in Urlaub fährt, aber trotzdem, je größer auch die absoluten Zahlen, desto schwieriger wird prozentuales Wachstum. Eine hundertprozentige Steigerung von einer Milliarde auf zwei Milliarden ist wesentlich einfacher als von 100 auf 200 Milliarden. Und schauen wir uns das hier auch bezüglich der Gewinne an, muss man sagen. Wir konnten jetzt im letzten Jahr endlich in die Profitabilität drehen, sogar direkt mit einer starken Gewinnmarge von 22,5%. Ich gehe langfristig davon aus, dass die Gewinnmarge sogar noch deutlich nach oben steigern wird und sich tendenziell hier momentan an die Free Cashflow-Quote von ungefähr 30% annähern wird, einfach weil wir so gesehen einfach nur eine Plattform anbieten, wo Buchungen im Endeffekt durchgeführt werden. Denn das ist jetzt nicht super kapitalintensiv und braucht auch nicht extrem viel Personal, weswegen eigentlich die Gewinnmarge wie bei anderen Softwareunternehmen dann auch in der Zukunft noch weiter zulegen sollte. Zumindest wenn wir jetzt auch den Gewinn aus dem letzten Geschäftsjahr nehmen und hier oben ins Verhältnis zu unserem Gesamtkaufpreis setzen, kommen wir auf ein KGV von fast 44, was natürlich erstmal extrem hoch erscheint. Dabei muss man aber auch bedenken, dass wir in der Zukunft vermutlich unsere Umsätze und Gewinne auch nochmal deutlich gesteigert bekommen. Schauen wir uns noch zusätzlich die finanzielle Position an, muss man sagen, das Ganze sieht soweit auch erstmal sehr, sehr hervorragend aus. Könnte man theoretischerweise das Umlaufvermögen dazu nutzen, um jetzt hier mit den Schulden zu verrechnen, kommen wir damit auf den netten Schuldenwert und wir sehen, der lag die letzten Jahre dauerhaft positiv. Das zeigt erstmal, dass das Unternehmen finanziell relativ stabil aufgebaut ist und dort auch ein notwendiges Kapital besitzt oder zumindest beschaffen könnte, um dort dann auch weitere Investitionen in der Zukunft tätigen zu können. Auf der anderen Seite stellt sich aber natürlich dann die Frage, wo möchte man großartig rein investieren. Wir sehen die letzten Jahre im Endeffekt, dass wir relativ viel Werbung schalten, um dort unsere Markenbekanntheit zu erhöhen. Aber was hier zum Beispiel unsere langfristigen Vermögenswerte angeht, sehen wir, dass sie dauerhaft rückläufig sind. Das ist natürlich einfach abschreibungs-, also standardmäßig abschreibungsbedingt. Aber das zeigt natürlich auch, wir richten halt einmal unseren Server, unsere Plattform ein und danach können wir es im Endeffekt in die Unendlichkeit nach oben skalieren, was die Buchung, was den Umsatz und ähnliches angeht, ohne dass von unserer Seite aus irgendwelche Investitionen in die Infrastruktur notwendig wären. Und damit sind wir auch einmal schon in unserem Analyse-Tool, wo wir jetzt verschiedene Prognosen für die Zukunft durchspielen werden, um damit dann den fairen Wert der Aktien her zu bestimmen. Und prinzipiell bin ich natürlich erstmal optimistisch gestimmt, was dort die Zukunft von Airbnb angeht, auch wenn ich bei weitem nicht so optimistisch bin, dass ich davon ausgehe, dass die Umsatzwachstumszahlen der letzten Vergangenheit dort weiter durchgeführt werden können. Aber auch Airbnb, was die selbstgesteckten Ziele angeht, geht bei weitem nicht davon aus. Wir sehen nämlich jetzt hier im Jahresbericht 2022, dass wir 394 Millionen Buchungen durchgeführt haben. Und dabei ist es erstmal egal, ob ich alleine dort schlafe oder ob ich noch mit 20 anderen Freunden das gebucht habe. In der Sekunde zählt es dann theoretisch erstmal nur als eine Buchung, wenn ich die alleine durchgeführt habe. Und dort hat man bekannt gegeben, bis 2030 die Buchungszahl auf ungefähr eine Milliarde erhöhen zu wollen. Das würde ungefähr in der jährlichen Wachstumsrate von circa 13 bis 14 Prozent entsprechen. Das ist natürlich dann schon ein sehr ambitioniertes Ziel, was die Buchungen dort angeht. Wenn wir uns die Analystenschätzungen dazu anschauen, sehen wir, dass die Umsatzentwicklung dort in der Zukunft prognostiziert wird, dass die davon ausgehen, dass dort der Umsatz jährlich um circa 11, 12, im späteren Verlauf sogar um 13 Prozent irgendwo gesteigert werden kann. Das Ganze würde ich hier auf alle Fälle, was die Airbnb-Schätzungen selber von sich angeht, als Best-Case-Variante eintragen. Dort werde ich das Ganze auf 14 Prozent festlegen. Und dadurch, dass das Gesamtvolumen natürlich des Umsatzes zugelegt hat, wird dann schwierig, das prozentuale Wachstum weiter durchzuziehen, weswegen ich das dann im weiteren Verlauf nach fünf Jahren auf 11,5 Prozent abflachen werde. Bezüglich der normalen Schätzungen werde ich mich ungefähr an den Analystenschätzungen orientieren, das heißt 12 Prozent. Und anschließend werde ich das Ganze auf 10 Prozent reduzieren. Und was die konservative Variante angeht, werde ich das Ganze nochmal deutlich abflachen, nämlich auf 10 und 8,5 Prozent. Bezüglich der Gewinnmarge haben wir im letzten Jahr gesehen, lag die irgendwo bei 22,5 Prozent. Ich gehe davon aus, dass sie eigentlich sich, wie gesagt, irgendwann an die 30 Prozent orientieren wird. Aber trotzdem kann es natürlich sein, dass durch die Konkurrenzzunahme, wir sehen ja auch sowas wie Booking.com, hat angefangen, Privatapartments über die eigene Plattform abzuwickeln und auch andere Unternehmen, dass dort vielleicht erst mal Druck noch auf die Gewinnmarge und ähnliches ausgeübt wird, weswegen die dann vielleicht letztendlich doch nicht so hoch ausfallen könnte. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier erstmal noch bei 24 bis 26 Prozent festlegen. Wir haben aber auch gesehen, im letzten Jahr lag die Free-Cash-Law-Quote schon oberhalb von 30 Prozent. Deswegen werde ich jetzt hier in dem Falle das Ganze bei 30, 31 und 32 Prozent einordnen. Das sind normalerweise dann auch die Gewinnmargen, mit denen ich am Ende des Tages irgendwann rechnen würde. Dadurch, dass wir jetzt auch noch solche erhöhten Wachstumswerte haben und auch kein kapitalintensives Unternehmen sind, honoriert das normalerweise der Markt auch mit erhöhten KGV-Werten. In dem Falle würde ich das Ganze jetzt erstmal bei 15, 17,5 und 20 einordnen. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man das Ganze sogar noch weiter hochdreht, nämlich auf 17,5, 20 und 22,5. Und unseren Absendungsfaktor bzw. unsere Mindestrendite, die wir auf unsere Investments für die nächsten zehn Jahre generieren wollen, lassen wir natürlich bei 10 Prozent. Ich würde davon abraten, das Ganze weiter nach unten zu korrigieren. Und jetzt kommt es natürlich wieder sehr stark darauf an, wo ihr eure Wachstumswerte verortet. Wenn ihr hier irgendwo im Best-Case-Falle seid und sagt, ich traue den Schätzungen bzw. den angepeilten Zielen von Airbnb, dass sie dort erreicht werden können, dann sagt zumindest laut unserer Analyse-Tool, dass man hier sehr gerne eine Position eröffnen kann und es relativ wahrscheinlich ist, damit auch eine überdurchschnittliche Rendite am Markt zu generieren. Im normalen Fall sehen wir schon, dass das deutlich stärker davon abhängig ist, wo denen am Ende wirklich auch die Gewinnmarge liegen wird. Das heißt, wenn die eher etwas niedriger ausfallen wird, dann wird das auch nicht so ein gutes Investment sein, dass man dort eine 10-prozentige Rendite erhalten wird. Wenn die Gewinnmarge aber sich eher an 31 Prozent orientieren wird, dann sehen wir auch in dem Falle, zumindest laut unserer Analyse-Tool, dass man hier eine deutlich überdurchschnittliche Rendite am Markt generieren kann. Und im konservativen Bereich sehen wir, dass der Preis deutlich unterhalb des aktuellen Preises liegt. In dem Falle sollte man dann vielleicht nicht unbedingt eine Position eröffnen, wenn man sich hier in dem Bereich verortet. Und damit kommen wir auch einmal noch zu meinem persönlichen Fazit. Erstmal, das Ganze stellt wieder keine Anlageberatung dar, sondern dient im Endeffekt nur der Unterhaltung. Und im Endeffekt weiß keiner von uns, wo sich natürlich die nächsten 5 oder 10 Jahre hin entwickeln. Es kann sich sehr gut in die Richtung oder diese Richtung entwickeln, genauso wie in die oder die. Für uns als Investoren ist immer wichtig, sozusagen herauszufinden, welches Wachstum hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Und ich für meinen Teil würde das Wachstumspotenzial hier irgendwo im konservativen und normalen einordnen. Dadurch, dass wir aber auch als Investoren natürlich irgendwo fehlbar sind, vor allem was unsere eigene Sichtweisen und unsere eigene Meinung angeht, ansonsten wäre natürlich jeder erfolgreich an der Börse, sollte man nochmal einen gewissen Sicherheitsabschlag auf den fairen Wert dort vornehmen. Und in der Sekunde sehe ich schon, der faire Wert liegt nicht oberhalb des aktuellen Preises und bietet mir auf alle Fälle keinen Sicherheitsabschlag auf meine eigene Prognose, was das Ganze dort angeht. Und deswegen werde ich momentan hier auch keine Position eingehen, auch wenn möglicherweise die Aktie relativ fair bewertet ist und auch relativ viel Potenzial sogar noch nach oben mit sich bringen würde. Trotzdem sehe ich auf der anderen Seite auch Risiken, die so gesehen nämlich dann auch in diese Richtung münden könnten, weswegen ich auch nicht ganz so optimistisch bin, was die Wachstumserwartungen angeht. Das hat erstens damit zu tun, dass wir zum Beispiel eine Zunahme der Konkurrenz sehen. Das heißt, auch andere Plattformen haben angefangen, Buchungen von Privatapartments oder von Privatpersonen über die eigene Plattform abzuwickeln, was sich normalerweise negativ auf möglicherweise Umsätze und vor allem auch Druck auf die Gewinnmarge ausüben sollte. Und das zweite Argument, und was meines Erachtens aus meiner Sicht wesentlich valider ist, ist nämlich vor allem, dass wenn wir hier solche Wachstumswerte erreichen wollen, egal ob es jetzt diese oder diese sind, dass wir über die nächsten zehn Jahre deutlich unser Angebot hier nochmal ausweiten müssen, damit wir überhaupt eine Milliarde Buchungen in der Nacht bzw. im Jahr durchführen können. Und ihr habt mir nach dem Bonovia-Video extrem häufig drunter geschrieben, ihr geht davon aus, die Wohnungsknappheit, der Wohnungsmangel wird in der Zukunft, vor allem was in Großstädten und Metropolen angeht, noch deutlich zunehmen und damit auch verbunden, dass man dort Mietanpassungen durchführen kann. Wir haben zwar hier in Deutschland ein Gesetz, was sich, glaube ich, Zweckentfremdungsgesetz von Wohnimmobilien oder so nennt, was normalerweise verhindern soll, dass einzelne Wohnungen in Airbnb-Apartments umgewandelt werden können, aber da gibt es natürlich deutliche Schlupflöcher, was das Ganze angeht. Und in der Sekunde, wo natürlich die Mieten jetzt noch weiter zunehmen wird und damit die Unzufriedenheit der Bevölkerung in den einzelnen Großstädten noch weiter zunimmt, wir haben ja vor ein paar Jahren in Berlin gesehen, dass man dort Wohnungskonzerne enteignen wollte, um wieder mehr bezahlbaren Wohnraum im Endeffekt schaffen zu können. In der Sekunde kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass die Politik im Endeffekt dabei weiter zuschauen wird, wie sich die Wohnungsknappheit dort verschärfen wird, aber auf der anderen Seite immer mehr und mehr das Angebot für Airbnb, wie jetzt auch immer am Gesetz vorbei, im Endeffekt geschaffen werden kann. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit, wo ja im Endeffekt die Tendenzen überall fast die gleichen sind, dass dort möglicherweise die Gesetzgebung einschreiten wird und das Ganze irgendwo verhindern wird, dass zumindest zu viel Wohnraum umgewandelt wird. Und das wird sich natürlich dann auch dementsprechend negativ auf Gewinne und auf die Umsatzentwicklung in der Zukunft möglicherweise auswirken. Untertitelung des ZDF für funk Founders